Wir wollen uns in diesem Video nun mit Holz oder holzartigem Brennstoff als Biomasse und Energieträger beschäftigen. Also überschreiben wir das mal mit Holz als Biomasse. Typischerweise nutzen wir Holz, das ist jetzt das normale Brennholz, aber auch Holzpellets, Hackschnitzel. Die werden thermisch verwertet, also wir verbrennen die Holzscheite, die Pellets, erzeugen dadurch Wärme, können dann diese Wärmeenergie nutzen, um dann in einem großen Kraftwerk dann elektrische Energie zu erzeugen. Oder wir nutzen die Wärme direkt als Prozesswärme oder als Raumwärme jetzt mit einer Pelletheizung in einem Einfamilienhaus. Was uns dann immer interessiert, ist der Heizwert des Holzes, also abhängig von der Art der Holznutzung. Das gucken wir uns gleich an. Aber entscheidend für uns ist der Heizwert, abgekürzt mit HF, des Holzes. Und zwar jetzt in Abhängigkeit des Wassergehaltes, denn der ist tatsächlich entscheidend für die Nutzung, für die thermische Verwertung des Holzes, also Abhängigkeit des Wassergehalts. W. So, dazu müssen wir erstmal definieren, was ist der Wassergehalt in Holz oder in der Frischmasse. Wir haben einmal diesen Wassergehalt W. Das ist das Verhältnis der Masse des Wassers in einem Substrat im Holz, bezogen auf die Masse von der Frischmasse oder von dem feuchten, nämlich feuchtes Holz. Also das gibt mir den relativen Wassergehalt an, zwischen 0 und 50%. Ein weiterer Parameter, der noch genutzt wird, ist die sogenannte Holzfeuchte, abgekürzt mit U. Und das ist die Masse des Wassers in dem Holz, bezogen auf die Trockenmasse des Holzes. Also die Masse von dem trockenen Holz. Also wie groß ist da das Verhältnis? Das lässt sich dann natürlich entsprechend umrechnen. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man jetzt den Heizwert des feuchten Holzes berechnet. Wie ist die Gleichung dazu? Also der Heizwert in Abhängigkeit des Wassergehaltes. Das ist der Heizwert bei absolut trockenem Holz multipliziert mit 1 minus dem Wassergehalt. Und davon abziehen müssen wir den Heizwert von Wasser mal dem Wassergehalt. Was brauchen wir jetzt noch an Größen? Also das hier sind ungefähr 5 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das ist jetzt so der Heizwert typischerweise von trockenem Holz, also von Laubholz sind es ziemlich genau 5 Kilowattstunden pro Kilogramm bei 0% Wassergehalt. Und was wir dann noch brauchen ist die Verdampfungsenthalpie von Wasser. Das ist dieser Wert hier. Das sind 0,63 Kilowattstunden pro Kilogramm. Wenn man nun Holz schlägt im Wald, dann ist der Baum als Pflanze, hat einen recht hohen Wassergehalt. Das startet oder beginnt so ungefähr bei 50 bis 55% Wassergehalt. Wenn wir uns mal den Verlauf ansehen, wenn wir jetzt Holz als Frischholz schlagen über die Zahl. Also wir tragen hier auf die Y-Achse den Wassergehalt auf in Prozent und dann auf die X-Achse die Zeit in Monaten. Also das ist die Zeit in Monaten. Also gucken wir mal 1, 2, 3, 4, 5 Monate. Und dann haben wir jetzt 10 Monate und dann haben wir jetzt den Wassergehalt 10, 20, 30, 40 und 50% Wassergehalt. Und wenn wir jetzt den Baum frisch schlagen, natürlich dann auch in dem Zeitraum, in der der geschlagen werden darf, dann gibt es dann noch entsprechende zeitliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Also wir starten typischerweise bei rund 50% und der Wassergehalt fällt dann schnell ab. Das heißt, wenn man das Holz nun lagert als frisch geschlagenes Holz im Außenbereich, aber abgedeckt, dass es jetzt kein Regen auf das Holz fallen kann, sondern trocken gelagert ist, aber außen ohne Trocknungsanlage, dann verdunstet mit der Zeit natürlich trotzdem das Wasser. Und wir sind ja nach ungefähr 8 Monaten haben wir einen Wassergehalt von ungefähr 15% erreicht. Das heißt also, die Trocknung geht relativ schnell, dass wir dann bei nach ungefähr, sagen wir mal so nach 4 Monaten, sind wir so bei 25%, also hier sind wir dann bei 15%, hier haben wir dann ungefähr 25%, so als typischer Richtwert. Wenn wir jetzt also im Spätherbst das Holz schlagen, im Winter schlagen und dann trocknen, also dann fällt der Wassergehalt schnell ab auf 25%, fällt dann etwas langsamer auf 15% und hält dann diesen Wert. Teilweise, wenn es dann wieder, wenn man das Holz draußen lagert, die Luftfeuchtigkeit außen steigt, jetzt dann wieder in dem nächsten Herbstzyklus, dann kann der Wassergehalt auch noch ein bisschen schwanken. Das ist so zwischen 15% und 20%, das ist so der Korridor, in dem dann das Holz typischerweise, wenn man es trocken lagert, ein Wassergehalt aufweist. Damit lässt sich dann natürlich jetzt berechnen, wie groß der Heizwert von Holz ist, wenn ich es jetzt lagere, und zwar einmal frisch geschlagen und dann außen getrocknetes Holz. Das können wir jetzt mal einmal rechnen mit dieser Gleichung, die wir jetzt hier oben aufgestellt haben. Also wir haben einmal ein Wassergehalt W von 0,5 und ein Wassergehalt von 0,15. Also das Video vielleicht mal kurz unterbrechen und mal den Heizwert von diesen beiden Situationen berechnen. Setzen wir die Größen also ein. Wir haben immer gesagt, dass der Wassergehalt 0,5 oder 50% sein soll. Das heißt, wir setzen das jetzt hier oben in unsere Gleichung ein. Was erhalten wir dann also für den Heizwert unseres feuchten Holzes bei 50% Wassergehalt? Da sind wir also bei 5 Kilowattstunden pro Kilogramm Holz mal 1 minus 0,5 minus. Und dann müssen wir davon abziehen die Verdampfungsenthalpie. 0,63 Kilowattstunden pro Kilogramm mal 0,5. Und wenn wir das einsetzen, dann kommen da ungefähr 2,2 Kilowattstunden pro Kilogramm raus. Das heißt, das feuchte, frische Holz hat einen Heizwert, der etwas weniger als die Hälfte des vollständig trockenen Heizwertes ist. Das heißt, das Holz ist energetisch oder thermisch gar nicht zu verwerten. Haben wir trockenes Holz, also ein Wassergehalt von 0,15, auch dann können wir diesen Wert einsetzen und erhalten als Heizwert 4,2, die Rechnung zeige ich jetzt an dieser Stelle nicht, 4,2 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das ist jetzt so der typische Heizwert, den man erwarten kann von getrocknetem Holz, was also dann ein gutes halbes Jahr trocken gelagert wurde im Außenbereich, also hinter dem Schuppen oder der Garage abgedeckt, dass also keine Zusatzfeuchtigkeit eindringen kann, außer die Luftfeuchtigkeit. Dann landen wir bei den 15 Prozent, macht damit einen Heizwert von 4,2 Kilowattstunden pro Kilogramm. Ein weiterer Aspekt, den man noch berücksichtigen muss bei Feuchtigkeit in Holz, also insbesondere jetzt, wenn man kein Festholz hat, sondern Hackschnitzel zum Beispiel, dass der Wassergehalt einen Einfluss auf die Gefahr einer Selbstentzündung hat. Das heißt, dass das Wasser verdunstet. Wir haben aber biochemische Prozesse in den Hackschnitzeln und wenn wir die jetzt lagern, kann es dazu kommen, oder kommt es biochemisch dazu, dass die Temperatur steigt. Also das ist jetzt ein Aspekt bei der Lagerung, den es zu berücksichtigen gilt. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier auf die y-Achse die Temperatur und auf die x-Achse die Lagerdauer in Tagen aufzeichnen. Also das ist jetzt hier die Lagerdauer in Tagen. Und auf die y-Achse die Temperatur unserer Hackschnitzelabhängigkeit der Feuchtigkeit, also hier sind wir bei 10 Grad Celsius, 20, 30, 40, 50 Grad Celsius. Und dann hier die Lagerdauer entsprechend darstellen. Also das wird dann hier, wir machen hier mal 5 Tage, bei 10 Tagen, 15 Tage und so weiter. Und dann abhängig jetzt vom Wassergehalt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Wassergehalt haben, der sehr hoch ist, im Bereich von 40 Prozent, das ist also feuchte Hackschnitzel, also jetzt hier der Temperaturanstieg. Anstieg bei Hackschnitzeln. Was passiert jetzt in der Bähigkeit der Feuchtigkeit? Also wir sind tatsächlich dann nach, ja gut, 5 Tagen, also hier sind jetzt 5 Tage, erreichen wir Temperaturen von 80 Grad und mehr. Das heißt, die Temperatur steigt nach wenigen Tagen sehr schnell an, sodass wir hier so nach 6 bis 7 Tagen ungefähr hier oben landen. Und es ist damit die Gefahr besteht, dass sich diese Hackschnitzel selbst entzünden können, weil einfach innerhalb des großen Haufens von Hackschnitzeln es aber zu einer Wärmebildung kommen kann. Das wird dann so ein Schwedelbrand. Man kennt das bei großen Lagerhallen, die jetzt große Mengen an feuchteren Hackschnitzeln lagern, die man jetzt in Biomasse-Heizkraftwerken zum Beispiel verarbeiten möchte. Wenn dort zu feuchte Hackschnitzel beigeliefert werden, dass die dann dazu führen, dass es dann in einzelnen Bereichen dieses großen, aufgeschütteten Haufens zu einem Schwedelbrand kommen kann, den man noch gar nicht so einfach detektieren kann. Also kein offener Brand, sondern Brand innerhalb des Haufens. Das ist jetzt hier bei 40 Prozent, haben wir einen etwas niedrigeren Wassergehalt von nur 30 Prozent. Dann dauert das im Bereich von 15 Tagen, also etwas mehr als zwei Wochen, bis dann die Temperatur in diesem Haufen entsprechend ansteigt. Das sind hier 30 Prozent. Typischerweise haben Hackschnitzel oder vorbereitete Hackschnitzel einen Wassergehalt im Bereich von 20 Prozent. Das heißt, da landen wir dann eher auf dieser Ebene hier. Das soll sich hier auch nach drei Wochen hier einen leichten Anstieg der Temperatur haben. Das ist jetzt hier 20 Prozent. Das dauert also mehrere Wochen, bis sich dann dort durch den niedrigen Wassergehalt von 20 Prozent die Temperatur entsprechend erhöht und es da zu einem Risiko kommen kann. Ein Schwedelbrand ist also auch, das ist ein weiterer Aspekt, der wichtig ist bei der Verarbeitung von Frischholz, warum man das Holz entsprechend trocknen muss.